Yo, 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 guys! Was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Lusato Gaming. Man sieht es schon. Krass, das erste Euro-Game. MindEyes. Press 1 to play. Ich würde sagen, wie gehen wir rein? Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel genau drauf ist. Aber ich bin... angespannt. Flashing Lights. Das ist nicht gut. Hashtag Reddout jetzt in die Kommentare. Ja. Mal gucken. Guys, guys, guys. I'm amazed. Ja, ich habe es gelesen. Kann mir nicht vorspülen. Okay. Loading. Schon ziemlich gruselig, dieser Loading-Button, diese Uhr. Oh, eine Uhr. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Tja. Oh, wake me up. Please. Please. Why aren't you waking up? Wake up. Ach. Ach. Schädel, ey. Oh, Mann, ey. Die letzte Saufnacht mit den Kumpels. Ach, die war nicht so gut. Ach. Mann, hab ich ne geile Tür. Mann, hab ich ne geiles Bett. Und, Mann, sind das geile Bilder. I'm pretty amazed. Oh! Alter! Was geht denn jetzt hier ab? Find ich jetzt aber nicht so reif. Ach, gut, das Licht geht wieder an. Ist alles gut. Okay, wir haben ein Radio, der irgendwelches Würstzeug redet. Okay, ich glaub, da ist irgendwie weggerannt. E2 Interact. Oh. Das ist aber... Schön. Wir haben einen Sicherungskasten. Und das ist noch schöner. Können wir mit dem Hintergrund gehen? Nö. Okay. Ach so, vielleicht sollte man... Möglich, kann man das Licht ändern? Nein? Doch. Gut, okay. Sehr schön. Gehen wir mal auf den Flur. Mal gucken. Äh. Ja. Geil. Oh, nö. Oh, nö. Hallo? Okay. Slowly but moly. Alter, ich höre hier so Schritte. Das ist ziemlich ungeil. Und wieso? Wieso? Ist das geblockt? Okay, da kann ich nicht rein. Das ist jetzt nicht so. Oh. Aha. Okay, ich bin etwas angespannt. Aber egal. Oh, schöner Teppich übrigens. Sehr schön. Sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Ich meine, so ein schöner Teddy. Aha. Ein von fünf Teddys. Das ist doch schön. Ein gebrochenes Regal. Das ist nicht so schön. Wobei, moderne Architektur. Oh, nö. Oh, nö. Geh an. Alter, ist das dein Ernst? Oh, nö. Da müssen wir wahrscheinlich zur Sicherung. Oh, alter. Dieses Radio, ne? Das geht nicht klar. Was ist das? Dieses hier ein... Hm. Okay. Interessant. Äh, das hat ja jeder in seinem Raum, ne? In seinem Zimmer. Ah. Aha. Moderne Architektur, wie ich schon sagte. Schöne Gemälde. Wirklich, also... Oh, ja. Ein Safe. Ja, gut, ne? Mhm. Okay. Hier, kommen wir jetzt einfach raus. Denk ich mir mal. Nicht? Okay. Ist das eine Tür? Ne, das ist nur eine Wand, ne? Kann also nicht nach oben. Okay. Kein Problem. Oh, ein Zittel. Oh, geil. Äh. Hallo. Oh, nö. 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 Okay. Tut mir leid, ich konnte das wirklich nicht so gut lesen. Jo. Da gibt's ja noch einen Raum, ne? Hinten. Du hast sicherlich hier einen Lichtschalter. Ah, sehr schön. Ach, das ist ja super, hier. Hm. Kann man hier auch aufpicken? Also, ich würde ihn echt nehmen. Ups. Wieso kann man... Kann man hier jetzt auch fahren? Ich... Gibt's hier noch irgendwas? Ah, super. Das ist... Das ist amazing. Amazing! Oh, fuck me. Geil. Das, äh... Äh... War unerwartet. Das war unerwartet. Das geb ich zu. Guck. Und du bist in deinem Leben. Oh, schau. Geil. Das war unerwartet. Was bist du überhaupt? Du bist noch da. Wie ist es? Wie ist die Tür zu? Das finde ich nicht gut. Man hört wieder... ...jemanden weglaufen. Alter, diese Türen. Ich komme nicht damit klar. Werden das Licht geht gleich aus? Ich möchte den Cutter, Mann. Gib mir den Cutter. Gib mir den Cutter. Warum... Warum... Ey, ganz ehrlich. Warum sind Horrorspieler manchmal einfach so dumm, ey? Oh, fuck, ey. Ja. Die Sofas sind übrigens sehr schön. Vor allem dieser Sessel. Würde ich mir auf jeden Fall auch kaufen. Gibt's hier irgendwelche Tellys? Gibt's hier irgendeinen Keller oder irgendwas? Alter, dieses Gesicht. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist gut. Oh, das Gesicht zählisch. Oh, geil. So. Können wir jetzt hier rein? Nein. Ja, warum kann ich den nicht aufheben, ey? Das ist doch... Bulli. Tja, äh... Muss ich irgendwie das ausmachen? Ich denke nicht. Wie kommt man denn hier rein? Gar nicht. Okay. Da mal ein bisschen, ähm... Ja, ich darf es sagen... Confused right now. I don't know what I'm gonna do. Do it, genau. The good is English. This is very awesome. Oh, fuck me. Oh, nö. Alter, bist du scheiße? Bist du scheiße? Kommt der? Oh. Oh, so ein dreckiger, fetter Hurenschlepper, ey. Oh, der Witz. Ah, fuck, der erinnert mich doch an Glattern jemanden. Whitney ist jetzt hier drin. Weh, der hängt jetzt nochmal hinter der Tür, Alter. Boah, schüch. Ich bin so angespannt, Alter. Oh, meine Nerven. Tja. Zehn Minuten Marke wird überschritten. Das ist nicht gut. Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Nicht so sein. Ich würde ja gerne diesen Cutter nehmen, aber... Ich kann ihn nicht nehmen. Ist lebensunfair. Irgendwie ein von fünf Teddys. Aber wo? Kann man hier irgendwas aufmachen? Ich hab jetzt die ganze Zeit so komische Musik. Das ist nicht cool. Tja. Ja. Ne. Okay, äh, geiles Game. So. Wir sind zurück. In diesem tollen Game. Und meine Maus ist hier. Das ist schön. Ähm, ja. Irgendwie komme ich gerade nicht mehr weiter. Ich würde sagen, das war das tolle Let's Show. Äh, von diesem wunderbaren, wirklich krassen Spiel. Ähm, ja. Awesome. Awesome, awesome. Jetzt kaufen. Kostenlos. Bestie. Und, äh, dieses Bett ist schon echt erotisch. Ja, das ist schon echt erotisch. Ciao, ciao. Mit dem Güter. 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 Mit dem Güter.